Der Begriff Textsorte ist ein zentraler Begriff der Textlinguistik. Er beruht auf der Regelhaftigkeit von Merkmalen, die eine Klassifikation von Texten zu Textsorten ermöglichen. Überblick Der Zuordnung können je nach Forschungsinteresse verschiedene Merkmale zugrunde liegen. In der Sprachwissenschaft bzw. Textlinguistik ist der Begriff Textsorte nicht einheitlich definiert. Grundsätzlich kann die Textsorte jedoch als eine Gruppe von Texten angesehen werden, die sich durch bestimmte Bündel von Merkmalen auszeichnen. Mit ähnlicher oder synonymer Bedeutung werden auch die Begriffe Textklasse, Textart, Texttyp, Textform oder Textmuster verwendet. In den letzten Jahren besteht allerdings der Konsens die Begriffe Textsorte bzw. Textklasse vorrangig auf empirisch vorfindliche Textformen zu beziehen, während mit Texttyptheorie bezogene Kategorien bzw. wissenschaftliche Klassifikationen bezeichnet werden. Die Menge an Textsorten in einer Einzelsprache hängt von dem angewandten Klassifikationsschema ab. Textsortenforschung Die Textsortenforschung verfolgt das Ziel, Texte anhand ihrer jeweils charakteristischen Merkmale einer Textsorte zuzuordnen und diese zu beschreiben. Dabei werden sowohl innere als auch äußere Faktoren der Texte analysiert. Die Klassifizierung erfolgt nach Form und Gebrauch eines Textes. Mitunter können Unterschiede zwischen schriftlichen und mündlichen, Literatur- und Gebrauchstexten, wissenschaftlichen und nichtwissenschaftlichen Texten usw. erschlossen werden. Die Forschung stellt sich dabei auch der Problematik, ob Textsorten einer generellen Typologie von Texten unterliegen oder ob sie diese im Einzelfall erst schaffen. Eine Zuordnung von Texten zu Textsorten vermittelt in der Sprach- und Literaturgeschichte Erkenntnisse über die Entstehung von Texten, ihre historischen Formen und ihre Entwicklung unter sich verändernden sprachlichen, sozialen unter anderem Einflüssen. Ein weiteres Interesse der Textsortenforschung in Hinblick auf die Wissenssoziologie ist die Verknüpfung von Textsorten mit Medien und Kommunikationsmitteln sowie deren Verwendung und Verbreitung. Allgemein kann zwischen textinternen und textexternen Kriterien zur Textsortenbestimmung unterschieden werden. Die textinternen Kriterien sind an die Textoberfläche und an die Texttiefenstruktur gebunden. An die Textoberfläche gebundene Kriterien sind beispielsweise lautlich paraverbaler bzw. grafischer Natur, der Wortschatz und das Satzbaumuster. An die Texttiefenstruktur gebundene Kriterien sind unter anderem das Thema, die Themenbindung und der Themenverlauf. Die textexternen Kriterien sind an den Kommunikationszusammenhang gebunden. Dazu gehören hauptsächlich die Textfunktion, das Trägermedium und die Kommunikationssituation, in die ein Text eingebettet ist. Alltägliche Klassifikation von Textsorten Eine intuitive Klassifizierung fällt Sprechern einer Sprachgemeinschaft für verbreitete Textsorten meist leicht d. h. Die meisten Sprecher besitzen Textsortenkompetenz. Das Textsortenwissen ist eine in der alltäglichen sprachlichen Tätigkeit erworbene Fähigkeit, Texte im Kontext der Situationen und Institutionen zu produzieren und zu verstehen. Beleg dafür ist, dass Sprecher in der Lage sind, einen und denselben Textinhalt in unterschiedlichen Kommunikationsbereichen wiederholt zu produzieren, ohne die gleiche Syntax und denselben Wortschatz zu nutzen. So kann z.B. ein schriftlicher Nachrichtentext in Form eines persönlichen Gesprächs bzw. einer Erzählung wiedergegeben werden oder ein Interview als zusammengefasster Zeitungsbeitrag erscheinen. Darüber hinaus haben Sprecher offenbar auch im Alltag erworbene Fähigkeit, in Texten klassifikatorische Fehler zu erkennen und auch einen Textsortenwechsel festzustellen bzw. zu signalisieren. Sprecher erwerben in ihrem Sozialisationsprozess ein Wissen darüber, welche Inhalte bzw. Themen und welche Funktionen bzw. Handlungsziele mit der einen oder anderen Textsorte zu verbinden sind. Man erwartet z.B. den Ausdruck von persönlich Erlebtem oder von Emotionen in einem persönlichen Brief, jedoch nicht in einer Patentschrift. Das heißt, die Fähigkeit, Texte zuzuordnen besteht, ohne dass in diesen Texten ein Wortschatz-Element als Präsignal stehen muss, das anzeigt, um welche Klasse es sich handelt. Andererseits gibt es für verschiedene Klassen charakteristische Signale, die eine klassenindifizierende Funktion haben können. Zu den typischen Äußerungen gehören oft charakteristische Textteilen leitende oder schließende Strukturen wie »Es war einmal«, »Sehr geehrter Herr, Frau und mit freundlichen Grüßen im Namen des Volkes« und so weiter. Unter charakteristischen Textorganisationsprinzipien werden beispielsweise Versstrukturen oder offene Stellen zum Ausfüllen gemeint. Globale Textstrukturen und Textschemata sind zugleich Ergebnis und Voraussetzung für die sprachliche Tätigkeit einer menschlichen Gemeinschaft. Diese verändern sich im Laufe der Zeit mit sich ändernden Interaktionsbedingungen, Kommunikationsbedürfnissen und Aufgaben. Das folgende Beispiel zeigt, wie der Imperativmodus im Früh-Neu-Hochdeutschen in der Neuzeit durch Passivkonstruktionen und sogar durch modale Infinitive ersetzt wird. Dabei zeigt sich auch die Tendenz zur Erhöhung von Informationsgenauigkeit und Dichte. Eine kluge Spisse, DIZ ist ein kluge Spisse. Ein Hirn soll man nehmen VND-Mehl, VND-Äpfel, VND-Eier, VND-Menge, DRZ mit Wurzen, VND-S an einen Spitz, VND-Bratet, Schone, VND-G, I, B, Z hin. DRZ heizt Z-Hirne gebraten, DRZ selbe tut man einer Lunge, die da gesoten ist. Übersetzung Eine feine Speise Dies ist eine feine Speise. Man nehme ein Gehirn, Mehl, Äpfel und Eier. Dies vermische man mit Gewürzen, stecke es an einen Spieß, brate es gut und reiche es. Dies nennt man und GT, gebratenes Gehirn und LT. So kann man auch mit einer gekochten Lunge verfahren. Bohnensuppe mit Speck Man kocht ein Stück Speck in Wasser weich und seit die Brühe durch. Dann werden Bohnen weich gekocht, abgegossen, die Hälfte durchgesiebt, die Specksoße darauf geschüttet und mit ein Brennflaumig abgetrieben. Dann schüttet man die nicht durchgeschlagenen Bohnen dazu, lässt dies ein Viertel einer Stunde lang kochen und schüttet die Speckstücke hinein. Bulgarisches Reisfleisch Zutaten 400 Gramm Fleisch 250 Gramm Reis 1 Elfleisch Brühe 4 Tomaten 4 Zwiebeln 2 Paprikaschoten 2 Tomatenmark 2 Knoblauch 10 1 Viertel Teel Pfeffer 2 Teel Süßen Paprika 1 Öl 1 Salz Zubereitung Das Fleisch wird in kleine Stücke zerschnitten und 10 Min. Lang in Öl angebraten. Gewürze Tomatenmark und heiße Brühe hinzufügen, aufkochen und zugedeckt garen lassen. Die entkernten Paprikaschoten in Streifen schneiden, Zwiebeln schälen und vierteln. Tomaten entheuten und vierteln. Dann Reis, Paprikaschoten und Zwiebeln darunter mischen und alles garen lassen. Die Tomaten in den letzten 5 Minuten der Zubereitung hinzufügen. Zum Schluss abschmecken. Zu diesem Gericht eignen sich gut als Beigabe Mischbrot und ein Gläschen Rotwein. Pro Portion 2938 Kilojoule. Einem Sprecher intuitiv herrschließbare bzw. Bekannte Textsorten sind im Sprachgebrauch empirisch vorfindlich, meist verbreitet und werden traditionelle Textsorten genannt. Sprachwissenschaftliche Klassifikation von Textsorten Die sprachwissenschaftliche Suche nach Klassifikationsschemata zur Erkennung oder Gliederung von Textsorten kann sich an vier möglichen methodischen Ansätzen orientieren über sich der Methoden einer Textsorten-Klassifikation nah. Man geht von den traditionellen Textsorten aus und versucht, die charakteristischen Merkmale einer jeden Textsorte zu bestimmen. Punkt B. Man entwickelt zunächst eine Texttheorie und prüft dann, ob sich daraus eine brauchbare Texttypologie ergibt. Punkt C. Bei der Ausarbeitung einer Texttheorie wird deren Anwendung auf eine Texttypologie derart angestrebt, dass die traditionellen Textsorten definierbar werden. D. Man entwickelt eine Texttypologie im Rahmen einer Texttheorie und unabhängig von den traditionellen Textsorten. Punkt Wege zu einer Texttypologie Die alltägliche Klassifikation der Texte erfolgte de facto lange bevor sich die Linguistik mit Typologisierungsfragen befasste. So werden zum Beispiel die literarischen Gattungen und Charis in Roman, Erzählung, Novelle, Sonnett, Gedicht und so weiter klassifiziert. Die unterschiedlichen Gesetzestexte in Verfassung, Verordnung, Anordnung, Durchführungsbestimmung, Eingabe, Gerichtsurteil, Anklageschrift und so weiter, pädagogische Texte in Lehrtexte und Übungstexte und so weiter. All diese können als Textsorten verstanden werden, da sie eben spezifische Texttypen mit ihren charakteristischen Eigenschaften sind. Demzufolge kann als Textsorte jedes mit Lexikonzeichen belegte Wort erfasst werden. Das in seiner Bedeutung der Definition des allgemeinen Textbegriffes zumindest partiell entspricht. Einer der Wege zu einer linguistischen Typologisierung von Texten besteht demnach darin, immer mehr empirisch vorfindliche Textsorten zu analysieren und deren Ergebnisse zu generalisieren. Das Ziel ist dabei, eine Taxonomie der Textsorten und eine Theorie der Textkomposition induktiv zu erreichen. Spezielle Untersuchungen betrafen solche Textsorten wie Erzähltexte, Witze, Briefsorten, Interviews, Appelle und Aufrufe, Wegeauskünfte, Verkaufsgespräche, Problemdarstellungen in der Therapiesituation und so weiter. Für eine linguistische Klassifikation von Texten bereitete jedoch die starke Heterogenität der Texte ein schwieriges Problem, bei weitem nicht. Alle Textsorten einer Sprachgemeinschaft konnten widerspruchsfrei klassifiziert werden. Eine Theorie der Textkomposition, welche die globalen Strukturen und Organisationsprinzipien von Texten beschreiben und erklären könnte, ließ sich bis heute aus diesem Ansatz nicht entwickeln und bleibt für einige Linguisten nach wie vor ein Desiderat. Ein anderer Weg zu einer linguistischen Typologisierung von Texten liegt in der Annahme, dass eine Typologie automatisch bzw. erreicht wird, sobald die Texttheorie in der Lage ist, die komplexen Struktur- und Funktionszusammenhänge von Texten aufzudecken. Dies erwies sich als eine methodologische Fehleinschätzung, denn diese Annahme führte dazu, dass die textlinguistische Forschung die typologischen Fragen sehr lange vernachlässigte oder bewusst ausschloss. Erst seit der Ende der 1960er Jahre entwickelten sich in der Textlinguistik verschiedene Textsortenklassifikationen. Die textanalytische Linguistik reflektiert die dominierenden linguistischen Auffassungen der Epoche, in der sie entstanden sind, welche in den folgenden Textsortenmodellen ihren Ausdruck finden. Grammatisch-strukturalistische Modelle Die Klassifikationsmodelle der 1970er Jahre beruhten auf Kriterien der Textoberfläche und textinterner Strukturen. Dazu gehören typografische Merkmale, der Wortschatz- und das Satzbaumuster. Dabei wird eine Textsorte bzw. Textklasse als eine grammatische Struktur angesehen. Da sich diese Modelle ausschließlich auf sprachinterne Eigenschaften und ihre Relationen untereinander konzentrierten, wurden sie wegen Beschränktheit kritisiert. Namhafte Vertreter sind Roland Havik oder Harald Weinrich. Themamodelle klassifizieren Texte zu Textsorten ebenfalls anhand textinterner Strukturen. In diesen Modellen werden besonders die Bedeutungszusammenhänge und ihre Relationen in Texten berücksichtigt. An die texttiefenstruktur gebundene Kriterien betreffen das Textthema, die Themenbindung und den Themenverlauf. Komponentialitätsthese Kommunikationskomponententheorie Demnach werden sprachliche Entitäten aus elementaren, diskreten Bausteinen konstruiert. Phonologie und Semantik waren mit dieser Methode eine lange Zeit sehr erfolgreich. Dieser Ansatz definiert eine Textsorte als eine Kombinatorik bzw. eine Komposition von Merkmalen. So versuchte zum Beispiel Barbara Sandig eine Textsortendifferenzierung durch 20 distinktive Merkmale zu erreichen. Es offenbarten sich jedoch die Fragen, wie die einzelnen Merkmale zu gewinnen sind, welchen Status sie besitzen und welche linguistischen Eigenschaften sie abbilden. Strittig sind das Hierarchisierungsprinzip, das häufig bei dieser Methode angenommen wird, und die heterogene Klassifizierungsbasis Situationsmodelle Nach der pragmatischen Wende in der Sprachwissenschaft in den 1970er Jahren verbreiteten sich zunehmend Modelle, die sich nicht nur auf die Texte selbst stützen, sondern auch die Kommunikationssituation in ihr Modell einbeziehen. Die Vertreter dieser Modelle berücksichtigen dabei unterschiedliche situative Aspekte wie den Handlungsbereich oder die Umgebungssituation und den Verwendungsbereich oder Kommunikationsbereich. Eine Textsorte bzw. Textklasse wird als Realisierung eines Kommunikationstyps angesehen, somit entspricht eine Texttaxonomie weitgehend einer Situationstypologie. Text sorten Klassifikationen nach einem dominanten Kriterium und Eingrenzung des Geltungsanspruchs. Der Geltungsanspruch der bisher erwähnten Klassifikationen umfasste Texte aller Kommunikationsbereiche. Als offensichtlich wurde, dass die tatsächlichen Geltungsbereiche nur partiell sind, versuchten einige Linguisten den Geltungsanspruch ihrer Modelle plausibel einzuschränken. Von der Mitte der 1970er bis in die Mitte der 1980er Jahre wurden Textsorten-Klassifikationen nach einem dominanten Kriterium angewandt. Eine homogene Typologisierungsbasis wurde dadurch zumindest angestrebt. So ordnete Rolf Eigenwald Textsorten nach fünf globalen Tätigkeitsbereichen. Erste Textsorte – Zeitungstext, VGL-e. Journalistische Darstellungsform. Zweite Textsorte – ökonomischer Text. Dritte Textsorte – politischer Text. Vierte Textsorte – juristischer Text. Fünf Textsorte – wissenschaftlicher Text. Bärbel Techtmeier begrenzte ihre Klassifizierung auf Gespräche und postulierte eine Gesprächstypologie nach institutionellen Gesichtspunkten. 1. Gespräche im ökonomischen Bereich. 2. Gespräche im Bildungswesen. 3. Gespräche im Justizwesen. 4. Gespräche in der Wissenschaft. 5. Gespräche in den Medien. 6. Gespräche im Rahmen gesellschaftlicher Organisationen. 7. Gespräche in der Familie und so weiter. Diese Ansätze wurden wegen Willkürlichkeit der Zuordnung der Textexemplare zu den globalen Kategorien und wegen zum Teil nur scheinbaren Homogenität der globalen Kriterien kritisiert. 8. Funktionsmodelle stützen sich auf die kommunikative Funktion von Texten. 9. Sie gehen davon aus, dass Texte mit bestimmter Kommunikationsabsicht produziert werden. 10. Textexterne Kriterien sind an den Kommunikationszusammenhang gebunden. Dazu gehören Textfunktion, Kommunikationskanal und Kommunikationssituation, in der ein Text entsteht. Für die Entstehung von Textsorten ist nach diesem Modell ihre zugrunde liegende Funktion entscheidend. Anhand derer Texte als zu einer bestimmten Textsorte gehörig klassifiziert werden, die Textfunktion wird also als dominantes Kriterium erachtet. Beispielsweise können alle Texte, deren Hauptfunktion das Vermitteln von Information ist, zur informativen Textsorte zusammengefasst werden. Texte, die Anweisungen an den Leser sind, werden in einem Funktionsmodell der direktiven Textsorte zugeordnet. Punkt. 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 Als schwierig erweist sich jedoch eine plausible Definition des Begriffs Textfunktion. Laut einer Definition des Begriffes Textfunktionen sind Senderintentional bestimmte Instruktionen an den Empfänger eines Textes. Eine Textfunktion informiert also über den vom Sender erwünschten Verstehensmodus. Unter anderem wurde auch rein ästhetische Funktionalität als Textfunktion berücksichtigt. Für die folgende Textsortenklassifikation sind offenbar die funktionalen Gesichtspunkte vorrangig. Belehrende Texte hier handelt sich unter anderem um wissenschaftliche und populärwissenschaftliche Texte, Erläuterungen, Gegenüberstellung, Stellungnahme, Begriffsbestimmungen und Erläuterungen, Protokolle. Punkt. Regelnde Texte zu dieser Textsorte zählen unter anderem Gesetzestexte, Garantieerklärungen, technische Erläuterungen. Punkt. Mitteilende Texte hierzu zählen unter anderem Meldung, Nachricht, Kommentar, Beschreibung, Bericht, Protokoll, Charakteristik, Erörterung. Punkt. Auffordernde Texte dazu zählen beispielsweise Werbetexte, politische Propaganda, Aufrufe, Annoncen, Einladungen und Handlungsanweisungen. Punkt. Beschreibende Texte Texte, die einen Sachverhalt erläutern, zum Beispiel Produktbeschreibungen in technischer Dokumentation. Unterhaltende Texte Hier handelt es sich sowohl um anspruchsvolle Romane, zum Beispiel biografischen Inhalts, als auch um Trivialiteratur wie Frauen, Heimatarzt und Kriminalromane, utopische Romane, Reisebeschreibungen, Erlebniserzählungen. Punkt. Poetisch deutende Texte dazu zählen erzählende Texte, szenische Texte, Gedichttexte. Punkt. Im Rahmen funktionaler Textmodelle entstanden handlungsorientierte Texttypologien, die Textsorten mit Handlungssorten bzw. Handlungsmustern identifizierten. So schlug zum Beispiel Ernst Ulrich Große eine Klassifikation nach kommunikativen Funktionen eines Textes vor, welche übrigens einen ungewöhnlich begrenzten Geltungsbereich hat, 1. Textklasse Normative Texte Textfunktion Normative Funktion Beispiele Gesetze Satzungen Vertrag Geburt zur Kunde Zweite Textklasse Kontakttexte Textfunktion Kontaktfunktion Beispiele Glückwunschschreiben Kondolenzschreiben Dritte Textklasse Gruppenindizierende Texte Textfunktion Gruppenindizierende Funktion Beispiele Texte der Gruppenlieder wie Maserjese Vierte Textklasse Poetische Texte Textfunktion Poetische Funktion Gedicht Roman Komödie 5. Textklasse Selbstdarstellende Texte Textfunktion Selbstdarstellende Funktion Tagebuch Autobiografie 6. Textklasse Auffordernde Texte Textfunktion Aufforderung Warenwerbung Parteiprogramme Bittschrift Gesuch 7. Textklasse Sachinformierende Texte Textfunktion Informationstransfer Nachricht Wetter Vorherzähl Wissenschaftlicher Text 8. Übergangsklasse Zwei Funktionen Dominieren Gleichermaßen Neuansätze Mit seiner Übergangsklasse versuchte Große seinem Modell eine Flexibilität zu verleihen. Wodurch eine zweifache Zuordnung eines Textes möglich wurde, in der Praxis lässt eine Vielzahl von Texten mehrfach Zuordnungen zu. Eine Typologie reicht dabei nicht aus. Die Fabel vom klugen Wolf und den neun dummen Wölfen kann beispielsweise als ein mathematischer Lehrtext, erzählerischer Text, Ereignistext, fiktionaler Text, humoristischer Text, historischer Text und eben als ein Fabeltext gleichermaßen erfolgreich klassifiziert werden. Der aktuelle Stand der Textlinguistik gestattet mehrfach Klassifikationen, wobei sowohl Spezifizierungen nach textinternen Merkmalen, als auch Orientierung auf Ziele der Interagierenden berücksichtigt wird. Die Erkenntnis, dass sich typische Textstrukturierungsmuster gesellschaftlicher Aufgabenstellungen und Bedürfnissen entsprechend ändern können, führte dazu, dass eine Texttypologie nicht als grundlegendes zeitloses Modell angesehen wird. Anstelle starrer Systematisierungsversuche gewinnen zunehmend flexible Klassifikationsansätze an Zuspruch. Mehrebenenmodelle Die Mehrebenenmodelle berücksichtigen zur Klassifikation verschiedene Kriterien. Für Mehrebenenmodelle sind folgende Prinzipien charakteristisch. Kompatibilität mit den Textsorten des Alltags Ein Textsortenmodell soll nicht dem Alltagswissen über Textsorten widersprechen. Multidimensionalität Komponenten verschiedener Typisierungsebenen sind Basis der Klassifikation. Flexibilität Es werden keine eindeutigen Beziehungen von Textsorten untereinander angenommen. Die Grundlage der Mehrebenenklassifikation basiert in der Annahme, dass das Textmusterwissen durch multidimensionale Zuordnungen von prototypischen Repräsentationen auf unterschiedlichen Ebenen zustande kommt. Die Frage nach der Hierarchisierung der Ebenen bleibt dabei offen. Beispiel eines Mehrebenenmodells Ebene I Funktionstypen Ebene II Situationstypen Ebene III Verfahrenstypen Ebene IV Textstrukturierungen Ebene V Prototypische Formulierungsmuster Textstrukturierungen Textstrukturierungen Textstrukturierungen